hallo meine lieben zuschauer hier sind wieder hier ich bin euch alleiniger von pc let's promo für mister angezockt mit einer neuen promotion hier der banner fällt gleich auf viele spiele charaktere borderlands 2 starcraft alles mit reingeklatscht und beim grafiken sagt wenn es so eine grafik erstellt ich weiß es nicht klingt bis aufs zöhn wurde glatt das g abgeschnitten ja kann man auch besser machen aber auch halb so wild ich vergebe keine fleißpunkte auf grafik heute sondern ich promote diesen kanal fix das mal ja ok steam community da findet ihn auf twitter facebook instagram und google plus ganz wichtig google plus ist da überhaupt irgendwer bei google plus ich weiß es nicht wir schauen mal zu seinen kanalbeschreibungen und zwar über uns der sascha ist einer über uns egal er ist zocker erster stunde und hat einfach spaß am zocken genauso soll es doch eigentlich auch sein aktuelle projekte findet ihr hier zwischendurch spielt er das und abgeschlossen hat er die hier cooler mist da haben wir nun noch ein starcraft 2 profil und ein diablo 3 profil ein l zu viel mein freund zocker aber auch halb so wird 370 abonnenten 63.196 wieder aufrufe und seit dem siebten neunten mit dabei tief luft holen weiter geht's zu den uploads wir haben hier einen guide für starcraft 2 da haben wir das place starcraft 2 prime world defense sim city ist auch mit dabei weiter und haben hier noch ein bisschen f als raystars als let's play together auch sehr sehenswert irgendwas habe ich gerade vergessen zu erwähnen genau die upload rate fünf stunden zwei tage drei tage vier tage fünf tage jeden tag ein video für netzplayer super output muss ich sagen muss man auch erstmal schaffen ich zurzeit schaff's nicht schaut gar nicht auf meinem kanal vorbei da wird sowieso nicht hochgeladen ja dann würde ich sagen gucken wir doch mal in sein neuestes video du hast erst hochgeladen wurde und zwar der guide für starcraft 2 erfolge rolle wo und erst schlag das ganze in 27p viel spaß willkommen zurück zum mister angezeugt spiel starcraft 2 heart of the swarms und ich bin dabei die reste der erfolge der mission oder der kampagne rauszuholen und jetzt machen wir uns auf das rendezvous und versuchen den erst schlag zu erringen und die aufgabe ist zerstören sie in rendezvous 15 gegnerische gebäude bevor nacktholz streitkräfte eintreffen so und los geht's so wir starten direkt die kampagne ich werde jetzt mal alle intros wegdrücken weil wir die ja eigentlich schon bei dem eigentlichen spiel gesehen haben wie wir das erste mal auf schwert durchgespielt haben so alles weg drücken hier wieder gruppieren so gegnerische die frage ob ich noch weiß wie es geht ja schau doch mal ob du doch weißt wie es geht ein sehr schönes let's play gefällt mir gut stimmlich sehr klar sehr ruhig ich glaube mal für tutorials oder guides hast du genau die richtige stimmlage und auch von der sprachgeschwindigkeit her macht es einfach spaß dir zuzuhören und es ist sehr angenehm solltest du vielleicht überlegen ob es ein paar mehr machen kannst ja ansonsten muss ich sagen von dem intro her ist es ziemlich lange da ist auch immer geschmackssache ich finde es gut ist nicht zu aufdränglich ist nicht dubstep dem in den kopfhörer vom schädel reißt und ja dieses mr angezockte logo da oben überdeckt hier auch noch was vom spiel finde ich ein bisschen schade ist ziemlich groß solltest du vielleicht ein bisschen was kleineres holen und ich finde es auch nicht gerade so schick ja aber das ist dann auch nur kleine menge sage ich mal es wird in 27 hoch wie 27 p hochgeladen hoch p geladen hoch p gibt es in mathe ich weiß es nicht finde ich gut und auch wie gesagt zu den ab zur upload rate also hier gibt es wirklich viel zu sehen ihr seht selbst wie viele videos hier sind vor einem monat wir sind ja noch gar hier findet gerade der zweite monat an wir schon hier zwei seiten nur mit videos also eigentlich sehr cool ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen wenn die social media light likt ja seid ihr genau richtig bei ihm weil hier unten ihr seht ja gibt es alles könnt ihm überall folgen ihr kriegt alles mit ja wirklich real life no life was auch immer instagram schräge fotos die ausländer zu den 60er jahren geschossen worden kriegt ihr alles hier könnt ihr alles von ihm sehen ja ansonsten würde ich sagen hat euch das promo wieder gefallen schreibt mir die kommentare hat euch der kanal gefallen besucht ihn hinterlasst ein paar gute kommentare und vielleicht auch ein abo wer weiß vielleicht findet ihr ein paar coole tutorials in zukunft wenn er welche machen sollte ja die euch gefallen gut das war's dann schon wieder ich versuche immer diese fünf minuten grenze nicht zu knacken trotzdem muss ich am ende noch was dranhängen die information heute am ende des videos ich habe meine promotion liste die es gibt komplett überarbeitet alle leute die meinen kanal nicht verlinkt haben die ich bis jetzt angeschaut habe sind rausgeflogen adieu tschüss ja jeder kanal der gelöscht ist ist draußen jeder kanal der inaktiv ist draußen und die liste war ja riesig die war ja wirklich riesen riesen groß ich hatte glaube ich über in summe fast vier bis 5000 bewerber und jetzt sind es gerade noch lasst mich raten ich glaube 2500 und ich schätze mal ich habe locker mehr als zwei drittel noch nicht angeschaut mr angezockt ja hat sich beworben und bevor ich zu ihm gekommen bin sind zehn leute am stück rausgeflogen weil die a inaktiv waren oder mich nicht verlinkt hatten oder schießen mich tot ich glaube die liste wird ganz ganz schnell wieder frei ihr könnt euch halt so bald wieder bewerben ich hoffe das geht hier fix durch ich mache definitiv weiter videos und bedanke mich fürs reinklicken und wir sehen uns beim nächsten mal macht's gut ciao